Metal-Lude, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute möchte ich mit euch mal wieder über die üblichen Geschichten sprechen. Das sollte man sich mal etwas genauer prüfen. Gut, ähm... So sieht's besser aus. Ich hab immer echt diese Haare, ne? Also. Ähm, klären wir mal das Offensichtlichste vorab. Warum trage ich eine Brille? Keine Ahnung. Ist auch völlig uninteressant. Das lasse ich mal unkommentiert im Raum stehen. So, spekuliert darüber. Ähm... Ja. Außerdem würde ich gerne kurz darüber sprechen, dass ich vollidiot tatsächlich ein bisschen die Leute entschädigen möchte, die quasi... Naja. Eben dadurch geschädigt sind, dass ich streamen darf. Momentan. Es ist ein bisschen lästig. Ich hab auch schon mit dem Support von YouTube geredet. Die gucken jetzt, dass sie sich da was einfallen lassen. Wie man das am besten in Zukunft regelt. Weil das Problem ist, die können ja für mich jetzt keine Sonderregelung machen. Weil letzten Endes würde das bedeuten, dass man uns verkackt. Weil ich bin ja derjenige... Bin ja derjenige... Derjenige. 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 Macht euch ruhig immer lustig, immer mein Dialekt. Ähm... Ich spreche vielleicht oft im Dialekt. Aber das beweist nur, dass ich Charakter besitze. Die Leute, die keinen Dialekt haben, besitzen irgendwie keine Kultur. Oder zumindest relativ wenig. Obwohl das schon fast wieder eine eigene Kultur ist. Egal. Lange redet gar keinen Sinn. Nicht ein Gericht.